Ah, wie geht's dir? Weißt du was? Ah ne. Ich wollte ihn eigentlich nach Hause schicken, aber ich mach das doch nicht. Ja, die Beine der Rüstung sind schon wieder Schrott. Ich bin auch glaube ich dann später nur noch ohne Rüstung unterwegs gewesen, wenn man dann doch irgendwie flinker und schneller ist. Was ist denn mit dem? Ah. Ui. Wow. Kritisch aus. Ah, das hab ich auch total vergessen. Naja. Jetzt weiß ich nicht mehr wann man das kritisch ausführen konnte und wann nicht. Nein, ich will es nicht entsperren. So, ich will es nicht mehr auf die Wand. Das wäre zu hart für dich, Kumpel. Das wäre zu hart für dich. Wo bist du denn? Das wäre zu hart für dich, Kumpel. Wo bist du denn? Garantieren. Habe ich auch schon ein paar. Ach ja, stimmt, diese technical documents sollte man auch für jemanden sammeln. Ich weiß nicht mehr genau was. Aufgepasst! Nein! Ich weiß nicht mehr. Ah, jetzt wieder zuhlt. So. Wo muss ich schon? Hm? I don't know. Kettenklinge, genau das waren auch diese kleinen Messer mit den kreissägen Klingen so gesehen dran. Muss ich jetzt wieder raus, oder wo führt mich das hin? Aufs Klo. Bloodpacks, das liegt im Klo. Da weiß ich auch noch, am Anfang konnte man die trinken, die Bloodpacks, weil man kein Simpack hatte, also war schon ein langer Weg. Entweder ist das auf dem Dach. Ne Quatsch, ich guck jetzt nochmal auf die Karte. Doch. Wo ist der Prototyp? Ach der hat von hier oben runter geballert eben. Ach die hat die Waffe, ne? Prototyp. Ok. 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 Gut. Weiß ich jetzt echt nicht, ob das noch eine alte Mission war, oder? Ja. Ich weiß, ich sagte das die ganze Zeit, aber bin mir echt nicht sicher. Ja, gucken wir uns die mal an, im Prototyp. Ja, der Nuka Atombomwerfer genau, das war das mega Teil. Okay. Die habe ich letzt mal bekommen. Das war eine neue, von der neuen Mission. Doppelschutz aufgeschrieben. Ach, da habe ich ja noch so ein mega Teil, sowieso noch. Ok. Den habe ich auch letzt mal bekommen. Oder den chinesischen Granatwerfer. Oder den chinesischen Granatwerfer. Das hatte ich auch schon. Da ist der Prototyp. Ja, das ist jetzt nicht so die mega. Ach, die Teile. Ja, 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 ja. Brauche ich jetzt nicht unbedingt, ehrlich gesagt. Das ist ja auch an die Leute gerichtet, die es jetzt vielleicht zum ersten Mal spielen. Die kriegen dann direkt coole Waffen. Die dann doch mehr Power haben, als die, die sie am Anfang finden. Dann können die durch die neuen Missionen, da gibt es sehr gute Waffen bekommen. Ist ja klar. Für mich ist es jetzt eher ein Downgrade als ein Upgrade. Wie geht das denn jetzt? Das ist ja schon. Oh, ich muss ja jedes Mal von ihm nachhören. Komm, mach ich fertig. und noch mal gucken was er macht ja ich nehme mal eine andere mach ich habe gerade gesehen mit dem regen das sieht ja auch cool aus unter dem helm wer macht hier wieder stress ja die hat noch mehr power die hatte ich vorher noch nicht in meinem set hier drin ja ich bin schon am stil was haben wir noch das ist glaube ich so ein auftrag der hat jetzt nichts mit dem update zu tun das ist auch eine alte mission glaube ich die hat mich nicht interessiert damals das sind die mit den hunden ich glaube das war auch ein teil vom update das die war verbuggt damals was weiß ich noch was machen wir das was machen wir das Oh, das ist auch wieder sehr weit. Ne, mach ich schnell Reise. Vielleicht nicht ganz so nah. So. Okay. 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 Das war eine Siedlung von hier. Also die ich erstellt hatte. So, da ist er nicht hin. Ah. Ah. Mann, die Statskale rüber. Oh. Ah, hier waren wir ja letztens schon. Auf die Karte gucken. Ja, ja. Da gehe ich jetzt auch nicht rein. Ich muss hier hin. Ruckel, ruckel. Das heißt, da kommt wieder jemand. Das heißt, wenn die, also leider ist es so, bei der PS4, wenn die NPCs spawnen, also oder Gegner, dann ruckelt es immer ein bisschen. Okay. Wow. Okay. Gehörst du mir, Mann? Glaub ich nicht. Gehörst du mir, Mann? Ja. Genau, da waren die Blood Packs. Kann man sich auch mit heilen. Ich wollte mal gucken, ob ich noch was hab. Für die O-Star. Die eiskölte Nuko-Cherry hier. Komm. Komm. Was ist das? Okay, ich helfe mal kurz mit. Ja, wir level 116. Okay, ich helfe mal kurz. Okay, ich helfe mal kurz mit. Okay, ich helfe mal kurz. Okay, ich helfe mal kurz. Hier soll ich doch hin. Hier kann ich natürlich auch noch die Location. Okay, ich helfe mal kurz. Okay, ich helfe mal kurz. Okay, ich helfe mal kurz. Loot, 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 loot. Man kann einfach nicht widerstehen, obwohl man es gar nicht mehr braucht. Ich muss auf jeden Fall rein, soweit ich das sehe. Okay, ich helfe mal kurz. Mal kurz gucken, was ich noch nehmen kann für die Ausdauer. Dann setze ich mal kurz. Dann setze ich mir die mal auf die Favoriten irgendwo. Wovon habe ich denn die meisten? Das ist natürlich die beste. Dann setze ich mir die mal hier hin. Okay. 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 Ja. Okay. Ich helfe mal hier. Vielen Dank. Oh, das ist der Highloch. Na ja, habe ich jetzt nicht getan, was wir bisher haben. Was kann ich denn jetzt zunehmen? Notiz ist wichtig. Ist doch hier aber, oder? Nee. Diverses. Das muss doch sein. Notiz ist weg, dass... Ja. Okay. Den Werkzeugkasten. Was hab ich denn hier gemacht? Ja. 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 Ja.